Willkommen zurück zu The Legend of Zelda Ocarina of Time im Feuertempel. Ja, wie gesagt, Feuertempel und so, letztes Mal sind wir in den Feuertempel reingegangen, haben Darunia getroffen und haben einen Link getroffen, also haben uns getroffen. Ja, und jetzt geht's darum, die ganzen Geronen zu befreien. So, und erster Schlüssel, hallo? So, der nächste Grund ist rechts. Wupp. Mist. So ein bisschen können wir über Lava gehen. Wollen wir hier hoch? Boah, scheiße. Ja, danke. Wow. Da klettert er wieder nicht hoch. So, Bomben sind nötig. Auf geht's zur zweiten. Upp. Ich will nicht mit dem reden. weiter klär. Schlüssel. Und raus hier. Na, 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 na. Na, 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 na. So, der nächste ist da hinten. Ah. So, da oben kommen wir jetzt grad nicht dran. Kommt man erst später hin. So, hallo, der dritte. So, hallo, der dritte. Na, 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 na. So, jetzt kommen wir durch die Mitte des Gangs gehen. Hier haben wir alles abgegrast. Na, wir dürfen nicht zu lange hier bleiben. Jetzt kriegen wir Schaden. Na, komm schon, es klettert endlich da rauf. Du bist doch doof, ey. die dinger kann man besiegen muss man aber nicht so zack so muss jetzt mal gucken wo die viecher sind ok dann kann man hier auch klettert man merkt schon hier ist ein gegner und zwar sind das ist der scheiß fledermäuse wollen wir keine position verschwenden jetzt müssen wir den gesellen hier rüber schieben und zwar wird das dann ein unser unser provisorischer fahrstuhl wenn gerade schon hört hier ist ein feuer geist hier und der befördert uns nach oben so und schnell abspringen und durch die nächste tür so dass ich mir schon den nächsten befreien aber erst später jetzt kommt das soja das hier es gibt dieser feuerschnecken jetzt hier ziemlich eklig sind muss dann einmal treffen das feuer ausgeht und das zweite mal dann ist es tot angreifen können sie natürlich auch aber sind zu blöd um mich anzugreifen so wie man sieht ist ein kristall und den müssen wir aktivieren um oben ein feuer auszumachen der ein gitter erhitzt damit wir daran klettern können natürlich ist dann das gitter schon direkt erkalt er hier wieder ganz kalt obwohl das feuer vielleicht mehrere jahre jetzt durchgebrannt hat das wenn das jetzt erst schon kurz im da an ist sage ich mal es ist schon verdammt heiß eigentlich nicht wir können aber trotzdem daher klicken und sonst nichts wäre auch nicht zu weit da jetzt kommt die kacke hier nein wir was versuchen das macht er natürlich nicht so damit ist der feste jetzt können wir ja da ist halt das feuer jetzt müssen wir versuchen von hier oben das zu treffen so ich mache es von hier hoch weil ich euch da so dass da und los und lange hält das nicht nein so auch da ist das feuer nämlich schon wieder was auch was natürlich auch geht das ist natürlich eine zeitbombe sage ich mal da ist so einfach so dass jetzt auch die schalter wir sind schon oben sagt und wir können jetzt einfach klettern ich habe so müssen wir das machen es würde glaube ich auch knapp gehen mit einem interakt mit der bombe ist ein sicherer wir kommen ja das ist ein kleines labyrinth und immer rechtzeitig dann finden wir auch wieder hier raus oh scheiße oder wir finden was ganz anderes nämlich diese steine auch 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 da ist miche wo so dass der schalter da damit machen wir den nächsten gewohnen hier zu einem freien gewohnen der Schlüssel, das kennen wir ja jetzt schon. Und die Musik finde ich irgendwie viel geiler hier als wie im Waldtempel, geh doch mal aus dem Weg vor Fettzack. Wow. Der bleibt auf einmal stehen, das ist, naja, komisch. So, da ist die nächste Tür. So, jetzt müssen wir vorsichtig erkennst, jetzt fallen wir da runter in die Hölle. Sieht wirklich aus, als ob das ein Höllenabgrund wäre. So, komm, ja. Gut. Die nächste Tür. So. Und die erste kleine Speed-Challenge kommt jetzt. Mist, da hinten ist die Tür noch zu, okay. Wow. So, das Feuer kommt jetzt hinterher. So, okay, das hätten wir. Ich weiß nicht, wie kann ich da hin? Komm. Feuer geht zu Ende. Äh, 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 äh. Was zur. Okay, komisch. Geht das hier von vorne an? Ja, hat mich von vorne an, na toll. Oh, fuck. Achso, jetzt bin wir hier. Mäh. Okay, das war ein Fehler. Wow. Das sieht geil aus. So, nochmal. Come on! Das ist viel, t was? so gehen wir durch die tür hier und jetzt sind wir hier oben auf dem erinnert mich bestimmt jetzt noch an den eingerunden der den wir gesehen haben der ist hier drunter ja hey lass mich in ruhe ich weiß selber dass ich deine bombe da auflegen was du was heißt und dann nein egal es macht spaß hier und die leiden zu sehen das ist nämlich der gewohne hier zack nächste kleine schlüssel geht das natürlich geht das nicht längst wege muss man immer so ist klettern aber das kleine ps wegen die mussten kann man natürlich damit im endtagen ganz schnell erreicht aber nicht und das vier ist ja nicht rund nein lass mich in ruhe so den grund freundlich dann das wieder in ruhe lässt ich weiß was steht vor allem war ach so ja moment ich erinnere mich und zwar ist hier noch ein schalter ganz in der nähe ja da hinten ist er so damit wäre das endlich auch da hinten offen und dann und dann und dann und dann kleine dicker wie kommt sich die drei raus so den nächsten schlüssel und ich würde sagen der guckt mich komisch ich würde sagen diesen wunderschönen blick sage ich mal bis gleich und tschüss